hallo leute heute werden wir mal hochsitze kontrollieren die pilze wachsen auch schon ganz fleißig dann werden wir mal schauen vielleicht nehmen wir ein paar mit wenn was da ist los geht's hochsitze kontrollieren oder besser gesagt pilze sammeln hallo leute heute sind wir ein bisschen die hochsitze am abgehen vom winter ob alles in ordnung ist und wir sind ja jetzt schon in der august also der herbst beginnt so langsam und dann sind natürlich auch schon die ersten pilze da hier haben wir einen schönen steinpilz und den werden wir natürlich mitnehmen naja wohl das könnte auch eine marone sein so und hier haben wir glaube ich wieder eine schöne marone ja wunderbar wie gemalt und noch einen schönen steinpilz wahnsinn das ist ein exemplar so das ist jetzt also die ausbeute ein paar steinpilze dabei ein paar maronen ein paar pfifferlinge waren auch dabei ja und die werden wir jetzt wie gesagt alle mal herrichten sauber machen und dann essen das war's so so Untertitelung des ZDF, 2020